willkommen zurück zu einer neuen folge star wars old republic und ja wir sind das letzte mal mitten im schlachtfeld stehen geblieben hier geht es weiter ich bin heute mal alleine mal wieder und wo wollen wir denn hin nach dahinten das heißt in die richtung dann ab geht alle peter fett kommst du hier hoch fett geh schon wieder unsichtbar die müsste eigentlich hier irgendwo ja die ist unsichtbar ich werde euch fehlen ja ja du wirst mir fehlen ist mir schon klar aber du sollst auch sichtbar sein der kommt erst einmal scheiße wie kann ich die wieder zu mir rufen jetzt ist es wie das ist dieses spiel macht mich fertig wo ist jetzt die maus da der hat ein bisschen loot ach wisst ihr was nulsk no fun hallo bringt der würgelgriff was bei dem ist es als wäre es das ist auch es ist nicht da sind wir zu viele Ich muss da, du ich. Komme ich eigentlich hier durch? Story Modus. Ja leck mich doch. Level 19er. Ja gegen die werde ich es nicht einfach haben. Ja. 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 Oh die Fette ist schon wieder unsichtbar. Warum? was hat die denn bitteschön ihr seht es ja auf der minimap dieser kleine punkt der hier ab und zu mal hier auftaucht da ist sie wieder seltsam mit der frau also die heißen ganz schön was aus ja 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 Die halten ganz schön was aus, die Soldaten Holy moly Da gibt's keine Lootkiste drin Da natürlich auch nicht Äh, Belagerungs-Druide Ja komm, scheiß drauf, mehr jetzt sterben kann ich nicht Was soll ich jetzt eigentlich dort noch machen Ähm, Kommunikationstürme, besiege Widerstand, Dingsbums Hä? Zerstöre die Kommunikationstürme, wie denn? Wie soll ich diese Türme zerstören? Bitteschön 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 Yo Relikt der rechten Uuuuh Das dort sind doch diese Türme, oder? Ja, müssen sie ja sein PvP Belohnung Ja, nee Nee, nee, nee Nee, 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 nee Nee, braucht man nicht Hey, das sind doch die Kommunikationstürme Wie soll ich denn die zerstören? Bitteschön Ah, ok Aha, ihr habt mich nicht gesehen Boah, ich dachte das sieht mich Das ist Widerstand Zwei noch Äh Hallo, hier wolltest du gar nicht hin Äh, wo sind die anderen zwei? Hä? Eins Zwei Drei Vier Hier fehlen noch zwei Stück Da ist noch ein Ach, da sind die zwei Lul Einfach mal vorbeigerannt Und natürlich stehen dort wieder welche Ja, ich bin Ja, ich bin Oh, oh, oh. Ah! Ben, hilf mir! Ich war ja fast down! So, der letzte! Besiege! 19 von 35, ich brauche noch 16 Stück! Scheiße! Werden diese Dinger hier auch gewertet? Du warst so gefragt! Sehr! Okay, also diese Droiden werden wohl auch gewertet. Das ist sehr nice! Äh, ich will meinen Arsch nicht angucken. Ich würde gerne nochmal gegen Droiden kämpfen. Die sind so easy! Ach komm, was soll's! Ja! 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 Ja, ich würde sagen! Die sind immer noch nicht respawnt. Meine Güte. Da waren es nur noch zwei. Die kriegt man auch noch hin. So, Quest abgeschlossene. Was muss ich jetzt da oben machen? Besiege General Tau. Wo ist die Fett? Die ist schon wieder unsichtbar. Ne. Ne. Da ist sie wieder. Da ist er. Der Orsch. 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 Der. Der Helles Datacron der Stärke. Okay. Ähm. Tarn-Magazin. Dann. müssen wir jetzt dahin zurück nice die sind immer noch nicht respawnt läuft ich würde gerne mal dort hinfahren wollen wieso gibt es hier eigentlich keine Lootkisten fahr ich gerade ins gebiet hier in die basis der waffenfabrik warte mal hier muss ich doch auch hin ich glaube nicht hier oben gibt es wieder die lassen wir mal ach du scheisse ach du gage das sind hier viele oh herz oh oh das hätte man mir mal früher sagen können dass ich die dinge auch so looten kann ja jetzt wisst ihr natürlich was ich mache ich halte weiter ausschauen euer Arzt ich muss nach da unten da gibt es wieder was du auch ne aber du oh nice und für was ist das gut ähm ähm ah okay ja bin ich nicht schlau draus geworden boah hier sind ja Gegners was hast du davon und auf zu schießen nicht wenn hier ihr dulli ist bitte verwenden sie sämtliche produkte nur nach anleitung und das macht genauso wie alle anderen das macht genauso wie alle anderen und legen sie wohl oh 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 ja oh ja oh ja ähm fett und dein gürtel 226 rüstung 226 du hast doch den gleichen mk gürtel das zue ich das ja du hast den gleichen macht harmonisierung spontan chance äh 23 17 8 23 17 8 na komm äh wir rüsten dich hier mal aus und das kannst du nicht anziehen läuft benutzen erhöht deine freischaltungsmenge für diese dekoration für alle charaktere deines vermächtnis um eins so benötigen sie medizinische hilfe benutzer hört die kritische treffer 30 sekunden lang verkaufen äh das ist nur wieder so ein buffdings wir haben noch euer ganzes leben vor euch ich würde euch nur ungern in dieses waffenmeister bla bla händlerin vielleicht rüstung nein wir machen ja erstmal die ganzen nebenquests wie es aber weiter geht erfahren wir in der nächsten folge 1 2 3 5 6 6 5 7 8 8 10 10 10 11 11 10 11 Vielen Dank.